Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Pumuckl, mir ist es so langweilig. Da kann ich auch nichts machen. Aber du kannst mir doch vielleicht eine Geschichte oder etwas aus der Zeitung vorlesen. Na geh Pumuckl, schau, ich muss doch da arbeiten und abmessen. Ich kann doch nicht da aus der Zeitung was vorlesen. Da sind aber so tolle Sachen stehen da drin. Na geh, tolle Sachen. Verstehst du ja doch nichts. Da steht Politik drin, da weißt du gar nichts. Und dann diese Sensationsgeschichten mit Mord und Totschlag, die mag ich nicht. Die sind aber immer ganz affentoll. Mag's aber trotzdem nicht. Dann müssen wir eben was über Politur lesen. Politur, das heißt Politik. Pilotik, aha. Ja, und meint. Aha. Du, dann könnten wir ja Fotos anschauen. Besonders das, wo du auf dem weißen Bärenfell liegst. Ganz nackelig. Ja, ja, heute Abend. Machen wir heute Abend, ja. Und jetzt? Jetzt nicht. So. Mir ist aber doch so langzeitlich. Aber weißt du was? Gehst du ein bisschen raus? Es ist doch ein schönes Wetter. Regnen hat's aufgehört. Vielleicht triffst du ein paar Kinder. Hm, Kinder. Doch auch ganz lustig, oder? Oh ja, gut. Versuch ich's mal. Vielleicht ist lustig. Tschüss. Ja. Na, servus. Grüß dich. Also, tschüss. Na. Junge, alline nach Haus. Junge, hm, 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 hm. Junge. 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 Junge.